Es geht GAMELESS hier und so und heute... Mensch, und ich bin nicht alleine, sondern wer ist noch dabei? Auch die Biene von GAMELESS ist dabei und willkommen zur Pistol Challenge. Natürlich spielen wir die Pistol Challenge ganz normal. Only Pistol. Und welche Waffe spielst du bei der Only Pistol Challenge? Ich spiele hier, warte mal, die Unfriede. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Waffe, denn die spiele ich auch. Aber, aber, das Einzige, was hier nicht so nice ist, ist die Map. Ich hasse sie nämlich. Ja, genau deswegen. Weil ich von hinten gekillt werde. Nice. Und weil wir eben so groß sind. Ja, ich würde mal sagen, wer die meisten Kills von uns hat, ist natürlich der Babo und darf natürlich sagen, wo es lang geht. Natürlich kann ich nicht mal mehr einen Longshot mehr treffen, weil ich gerade so eingerostet bin. Heute ist erst ungelogen die zweite Runde, die ich spiele. Ja, und Biene ist natürlich auch. Wir haben vor allem Minecraft gezockt, bisschen Community Crafting. Ja, natürlich. Und so ein Schitter. Da haben wir den Ener-Dragon gesnazelt. Gejamped. Oh, da kämmt einer. Heiskalt. Ja, moin. Er springt in mein Gesicht hoch noch. Also, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich habe eine 1-3 leider nur. Er ist heute nicht so gut unterwegs, so wie letztes Mal. Der Camper ist weg, aber der Eis ist, denke ich, noch in der Nähe. Oh mein Gott, die spielen ja nur die ärgsten Schwitzerwaffen. So wie Friedenstifter USW. Boah! Ja, da kommt ein leichten Side-Down. Aber beim nächsten Kontakt mit Feinden bin ich, glaube ich, down. Kann ich mal? Ich bin, denke ich, alle. Ne, wir sind jetzt hier gespawnt. Okay, dann bin ich jetzt falsch gespawnt. Ich bin hier halt ganz alleine mit SIGORI! Mach den aber noch. Hätte ich mir nicht gedacht. Oh, da hat jemand einen Staffeldraht verursacht. Die spawnen halt alle rechts auf der hinteren Seite. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht gerade in den Rückstand bekommen. Wir sind gerade so noch vorne mit 20 zu 19. Den habe ich mal ganz easy geholt. Dann schaue ich, wie es mit dem aussieht. Oh, da hat nichts. Den habe ich auch. So, rein. Ne. Hätte ich mir fast etwas leichter vorgestellt. Die Gegner sind auf jeden Fall One-Hit. Wenn man sie gut erwischt. Und erwischt. Oh Gott, sie sind wieder in unseren alten Spawn. Ich hasse es. Nein! Links von dir, Biene. Links von dir. Kannst du holen. Ein Hitmaker im Hacker. Ja, das kennt man. Das kennt man. Das kennt man und liebt man. Der hat einen guten alten Headshot von mir kassiert auf Long Range. Oh, lol. Und da will ich von links von zwei Leuten gepusht. Ich habe ihn aber eher. Mein eigener hat mich umgebracht. Du bist ja echt ein Ehrenmann und so, ne? Das gibt eine negative Bewertung von mir. Daumen nach oben. Spock oder was? Für diesen Schüb. Für diesen Typus Maximus. Ich pushe natürlich um meine Mutters Ehrenheitsvergangenheitsding. Einfach ein Hitmaker. Die ganze Zeit Hitmaker. Nein, das kann es nicht sein. Ich bekomme einfach instant einen Headshot. Ja, moin. Was soll ich da machen? Der Hund. Er triggert. Was ist mit ihm los? Oh, Gott. Was habe ich getan? Ich habe ihn losgelassen, den Hund. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, er geht nur auf mich. Ah! Hund. Ah! Das kann ja nicht sein. Ey. Meine Mates. Sie laufen einfach davon. Hab, 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 hab einen. Ja, aber der Hund, der lebt noch. Der fickt uns alle. Oh, der Hund. Den habe ich auch gespürt. Gotcha. Ich hab ihn weggetriggert, boy. Gehört, hab ich gehört. Jetzt noch mal rein da. Oh, der hat mich. Oh, den habe ich, den habe ich. Nein, da muss ich nachladen. Ah, nächstes Mal nicht mehr so schnell nachladen. Dann hätte ich den auch noch bekommen. Den habe ich. Ja, moin, ne? Oh, Gott. Ich bin hier gerade nicht so gut dabei. Holt den, holt den. Aber trotzdem. Ich bin hier gerade nur am recken. Recken oder gereckt werden? Ich verrecke hier die ganze Zeit. Krass. Wird auch noch geholt. Boy, let's go. Oh, bin der allererste von unserem Team. Gott sei Dank. Selten aber doch. Willkommen ich den? Nie. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Gott sei Dank, dass ich den auch geholt habe. Der ist uns echt etwas peinlich geworden. So. Der hat mal gar nichts getroffen. Oh, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Aber ich höre hier eine Fernentladung. Ich aber auch, leider. Ja, na klar. Ja, die geht natürlich. Mein Mate geht auf mich. Mein Mate geht auf mich. Er ist so ein Ehrenmann. Er ist der Ehrenmann, nix dem Mann ehrenweit. Sagt er zusammen. Zuerst mal das Sturmpaket klappt und dann nachher den, dem was das halt gehört. Den klapp ich jetzt auch gleich weg. Wo ist der scheiß Crash hin? Nochmal Ulti. Er kriegt einen Hitmarker. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin. Er kriegt auch einen Hitmarker. Ja, moin. Von wie? Was? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wir sind aber vorne. Wir sind aber vorne. Also es könnte sich nur ausgehen, dass wir gewinnen. Sogar. Das waren die Reaktionen. Die Reaktionen! Was? Ja. So spielen wir. So spielen wir das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hat da nicht links einer? Oh, lol. Feinde haben unsere Vorräte gestohlen. Ja, moin. Unsere Drohne wurde gehackt. Ja, und die nächste, und die nächste, und die nächste. Ich glaube, ich kann gerade richtig gut auf den Hacker gehen. Solange er sich nicht bewegt. Und er bewegt sich. Und ich habe ihn down. Oh mein Gott, wir beide haben ein richtig scheißiges Eben gehabt. Der Typ, der gegnerische Typ und ich. Puh, muss ich mich echt gerade ein bisschen anstrengern. Da hinten kämpft mal selten, aber auch keiner. So, 22.15 stehe ich gerade. Da vorne habe ich auch noch einen Typen gesehen. Unten gleich noch einen. Kann ich aber nicht holen, weil die etwas weiter weg sind. Oh mein Gott, er hat halt nicht stehen bleiben können. Das war so ein dummer Tod. Es war so ein dummer Tod. Weil ich mich bewegt habe, ist er nicht ruhig geblieben. Finde ich echt scheiß von ihm. Ich sterbe nur die ganze Zeit. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Alles klar, mein May bringt mich zweimal in einer Runde um. Der Scheiß-Sick-Typ. Den hole ich jetzt da. Wo ist der Sick-Typ? Wo ist er? Das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, dass er mich einfach so ungestraft umbringen kann. Ja, klar. Oh, klar. Alles klar, alles klar. Oh nein, 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 nein. Nein, von hinten. Campen wir nur bei hinten. Was ist mit dir los? Oh je. Ja, den habe ich. Ja, fast richtig gehabt. Ja, moin. Kamer. Den habe ich auch. Und der hat mich. 22, 18 UB. Gerade mache ich nicht mehr so viele Kills. Nein, das kann ja nicht sein, ey. Boah, die campen ja nur mehr. Beziehungsweise, der hat einfach einbewiesen. Das gibt's nicht. Ich habe auf ihn drauf geschossen und es funktioniert einfach nicht. Ich verstehe sowas nicht. Free Fire schon. Für Endling-Kladung, ne? Ja, hey, haben wir gewonnen. Schwisiwi. Du bist 10, 16 gegangen. Was ist mit dir los, ey? Das war aber nicht so gut. Ich würde sagen, das war es mit Teil 1 von der Pistolen-Challenge. Und ich würde sagen, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr ja unbedingt noch einen zweiten Part sehen wollt, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.